Gut, dann machen wir es doch so, nein, so und so, dann kommt da drunter der Glas, genau, bis hier hin. Das ist Doppelscheibe, ne, ja, Doppelscheibe, hier gehen dann wieder, so, genau, da drüber ist dann das Glas, so, da gehen dann wieder, so, genau. Das geht doch eigentlich, sowas habe ich noch nicht gehabt, also sieht das schon mal ganz okay aus. Muss ja so ein bisschen Kompromisse machen, wenn man da so ein bisschen Geschnörkel drin haben will. Dann machen wir da einfach, wo ist es denn jetzt hier, da, machen wir da doch so, weil dann kann ich nämlich da oben einfach nämlich nochmal neu anfangen mit den, mit den Teilen, weil da soll ja vier hoch werden. Ist ja nicht ganz so, ne, dann haben wir jetzt hier, das ist ja zwei, drei, vier. Da drauf kommt dann hier die Decke. Kann man ja im Prinzip da schon so anschließen. Mal gucken, wie das aussieht, einmal so, einmal so, das sieht scheiße aus. Wollte ich das eigentlich anders haben, geht da nicht. Ne, geht wohl gar nicht. Schade. So, wollte ich das haben. Ach, dann muss das ein Dreier sein, statt ein Zweier. So, dann könnte das, dann wird das gehen. Hüpf. Müsste man sich überlegen. Und das dann so haben möchte. Hm, 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 hm. Weil eigentlich wollte ich auch noch so kleinen Tacken. Hier so reingehen, könnte man hier so einen kleinen Sitzraum reinmachen. Ja, da kommt auf jeden Fall ein roter Teppich hin. Ja, 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 ja. Tätätätä. Schlimmste wird da denn, wenn da noch ein Dach drauf muss. Das wird eh zwei, zwei Etagen hoch werden. Haben wir immer mit jedem taste zu tun. Müssen wir natürlich nur gucken, wie weit das ist, weil hier sollte eigentlich so einen Weg runter führen, hier so, dann wollte ich so zwei, drei Stufen so runter, dann sollte er da so entlang gehen, an dem Haus vorbei, so ein bisschen versetzt nach unten, dass man dann hier so runter geht, das heißt, so, hier zwischen wird man dann so schon mal hingehen und dann hier so, da runter, das ist dann also nicht so, steckst du, müsste 1, 2, 3, 4, ne, 1, 2, 3, 4, so, zapp, da so, da könnte man, wenn man jetzt hier so lange gehen, könnte man sehen, ach guck mal, da könnte man auch noch so lange gehen, die ist also runter, da wäre das Moment, so und so und die kommt weg, jetzt sehe ich hier das Fenster, jetzt sehe ich hier und hier, kann man dazu anbieten, ich überlege gerade, äh, hallo, 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 vielleicht gar nicht mal so verkehrt, nur hier kommt erstmal gar kein Fenster rein, dann ist das schon wieder zu breit, das heißt, müsste logischerweise so sein, so, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dann könnte es ja wieder ein bisschen hier hingehen, 1, 2, 3, 4, wieder hier 1, 2, 3, so, so, als Beispiel jetzt, oh, Creep-Alarm, schnell rein, ne, so, jetzt mal so, ne, genau, oder, sieht das nicht aus, ah, falsch, jetzt müssen wir das hier weg, dann müsste hier hin, so, woher tue ich mich da jetzt, ne, wäre so, wäre es nämlich richtig, genau, könnte es hier wieder gehen, nein, hier, 1, 2, 3, 4, dann wäre dann der, ups, offene Weg, um da reinzugehen, hier so, könnte man hier reingehen, könnte man, wenn man wollte, später könnte man hier, könnte ja so ein kleiner Turm werden, dafür müsste das wieder anders sein, hier, müsste dann nämlich hier sein, so, dann würde es auch passen, dann halt nur ne, doppeltür, dann würde es auch ne, einer Tür reinmachen, die natürlich auch, so, mal gucken, wie man das später, ausbaut, du könntest das natürlich, ne, auch, ja, ja, schau mal reinmachen, da könntest du noch, so, das Design Kingdom, es gibt noch das Gebäude selber, hier könntest du ruhig Fenster reinmachen, genauso hier, müssen wir mal gucken, ob man da, hier einfach Fenster reinmacht, dann lassen wir erstmal so provisorisch hier so stehen, könnte man Holzboden reinmachen, damit er nicht ganz so kacke aussieht, und hier sagt ja ein Auto, von außen könnte man die unterste Reihe, ne, wir machen das von innen, machen wir die Reihe hier, müssen wir mal kurz gucken, wie das aussieht, mal die Reihe, aus Koblet machen, ja, das geht eigentlich, muss man ja so machen, ne, so, als Beispiel, so, das hier machst du dann einfach, das hier einfach, das machst du, zum Beispiel, das wissen wir natürlich, wenn da eine Zweier-Tür wäre, oder, das wieder wegmachen, damit das optisch passt, machen wir eine Zweier-Tür rein, dann machen wir eben noch hier, ich weiß natürlich jetzt nicht, was ich den Boden mache, helles Holz ist scheiße, das sieht nicht aus, muss man ganz kurz, hey, guck mal, ich hab die Tür benutzt, ich hol mir kurz die beiden Türen, ich bin mal kurz, äh, die Hebel können auch weg, Hebel, 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 die behalten wir mal, aber die Erde kann weg, die, die, wir haben noch genug, halt, Wolle muss sein, Wolle muss sein, äh, wir haben hier noch genug drin, ähm, was wollte ich jetzt machen, ach ja, mal kurz gucken, mal kurz gucken, Wolle, 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 Grün, Grün, äh, Wolle, oder so einfach schwarz, ne, schwarz ist kacke, ne, immer ruhig rot, nehmen wir einfach mal mit, so, wegen Holz, und dann noch mal Halle, bis wir natürlich wissen, wie gut aussieht, da ist jetzt Tropenholzbretter, ja, für den Turmboden eigentlich gar nicht mehr so verkehrt, ne, jetzt sind wir ganz kurz, mal ausprobieren wie das aussieht, wäre glaube ich schon zu dunkel, ups, oder, geht eigentlich auch, der andere ist zu hell, wie sieht das aus, von fast im super geht auch geht wenn Leute, es Was nehmen wir jetzt? Können wir in Atomenholz reinmachen? Ist jemand normal oder eine Überführung? Ich weiß nicht, ich habe keinen Plan. Wir machen jetzt etwas ganz anderes. Gehen jetzt mal kurz oben zum Haus hin. Wir stellen uns hier schön vor die Tür. So. Und ich überlege mir dann später, wie wir da was für den Boden reinmachen. Das kann ich jetzt nicht entscheiden. Da habe ich momentan noch echt keinen Plan. Muss ich ausprobieren. Das reicht doch für heute. Ich unterbreche damit diese Aufnahme. Und wünsche euch noch was. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.